Anschauen können wir momentan gar nichts? Oh, etwas passiert? Irgendwas neues heute? Nein. Was liest du da? Das Kaisers neue Kleider. Ah. Ich habe es geliebt, als ich klein war. Und tust es noch, hm? Natürlich. Nur aus anderen Gründen. Als ich ein Kind war, stand ich total auf die Animorphs-Serie. Weiß ich. Deine Mutter hat dir ein Animorphs-Buch zu unserer Hochzeit geschenkt. Haha. Ja, das war ein ganz schön merkwürdiges Geschenk. Und das war eine ganz schön merkwürdige Lache. Ich war als Kind wohl ziemlich besessen von dieser Serie. Warum hast du sie seitdem nicht wieder gelesen? Hm? Ich habe die Bücher gesehen. Sie verstauben in der Garage. Naja, ich bin herausgewachsen, schätze ich. Es sind eben Kinderbücher. Was ist falsch darin, Kinderbücher zu lesen? Sie spenden Trost. Unmöglich. Ich werde mir wohl dieses hier kaufen. Ob wir es ihr verkaufen können? Nein. Ich glaube nicht. Die Welt wäre ein schönerer Ort, wenn sich die Leute Gesichter besser merken würden. Oder wenn sich die Leute Geschichten besser merken würden. Auch dann. Und eines stimmt. Es ist nichts falsch daran, egal in welchem Alter, Kinderbücher zu lesen. Oder Märchen. Ich liebe mich und du liebst dich. Wir lieben uns ganz fürchterlich. Hey River, das hier ist gar nicht mal so schmalzig. River? Und was ist mit Davids? Der ist mein Lieblingscharakter. Ähm, keine Ahnung. Worüber redet ihr? Animorphs, kennen sie das? Nein? Ja? Wirklich? Mehr oder weniger. Oh. Wissen sie in welches Tier sich da wird verwandelt? Ähm. In welches Tier sich da... Das weiß ich nicht. Ähm. 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 In ein... In einen... In einen... In einen... Ich würde sagen... Das ist natürlich komplett falsch. In einen... In einen Womba. In einen Womba. In einen Womba. Ein Womba ist ein tolles Tier. Das klingt nicht richtig. Keine Sorge. Ich finde es schon noch heraus. Okay. Vielleicht können wir es hier ja herausfinden. Ich weiß es nicht. Memento gefunden. Uns fehlt aber immer noch ein Kristall. Tobias Falke. Rachel Grizzly. Jake Tiger. Marco Gorilla. David Cobra. Cassie Wolf. Warum? Achso. Tobias Falke. Rachel Grizzly. Jake Tiger. Marco Gorilla. David Cobra. Eine Cobra also. Ach nur so. Du hättest doch einfach googeln können. Ähm. Bitte was? Ich frag gar nicht nach. Ich hab einen Scherz in der Programmierer. Also. Eine Cobra. Wombat ist nah dran. Kobras essen Wombats. Deswegen ist das eigentlich richtig. So. Cobra. Werde. Und okay. Ah. Richtig. Ich wünschte wirklich. Sie hätten noch die alten Cover. Statt dieser öden Umschläge. Die waren cool. Vielleicht sollte ich sie doch nochmal lesen. Ich kann mich kaum noch an was aus der Serie erinnern. Kinderbücher sind nix schlechtes. So. Und wieder einmal die Angst davor. Was jetzt kommt. Memento vorbereiten. Ein bisschen rumhacken. Ein bisschen rumhacken. Und die Angst davor. Was ich äh. Hier jetzt. Also das ist äh. Ideal 5. Da hört es bei mir auch schon wieder auf. Ich glaube das werde ich leider nicht schaffen. Schon gar nicht mit 5. Ich werde hier glaube ich wieder wild rumklicken. Hm. Ich kann hier ja auch nicht quer gehen. Ne. Das kann ich nicht. Mist. 2, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Und dann 5. Kann natürlich hier quer gehen. Aber das bringt mir ja hier. sehr wenig eigentlich glaube ich. Sehr wenig eigentlich glaube ich. Ich werde einfach verkacken wieder. So. Dauert zwar ein bisschen länger als 5. Aber. Immer noch was hingekriegt. Na ja. Dann sind es eben 9. Da kann man nichts machen. Und wir reisen wahrscheinlich noch ein bisschen zurück. Wir nähern uns nach und nach. Näher und näher der Kindheit. Wobei. Ich hoffe wir sehen vorher noch die Hochzeit von den beiden. Notiz Animorphs erhalten. Mento aktivieren. Und weiter geht's. In die Vergangenheit. Oh. Es gehen schon alle. Ich bin doch gerade erst da. Scheint dir bei Partys häufiger zu passieren. Ach komm. Heb dir deine kindischen Scherze für Leute ohne Selbstbewusstsein auf. Also. Für ihn eigentlich. Sonst müsste er sich selber ja nicht immer wieder so bestätigen. Was ist denn hier los? Es sieht. Ich hab das Gefühl. Es sieht immer undeutlicher aus. Je weiter wir zurückgehen in der Zeit. Desto undeutlicher wird es. Sieht aus wie ne Art Familienfest oder so ähnlich. Einen Schemen kommen wir auch nicht vorbei. Ich weiß gar nicht was wir hier machen sollen ehrlich gesagt. Ich sehe hier nur Schemen. Da ist wieder ein Glas Oliven. Ein Glas eingelegte Oliven. Ich sehe Liv Romage. Aber wo ist die Maus? Du redest ja immer viel Blödsinn. Und das ist bisher das Highlight des Abends. Obwohl er ja recht hat. Willst du nicht ersagen, dass ich nur Käse rede? Wow. So. Das Glas Oliven haben wir. Aber tatsächlich. Wo ist die Maus? So. Hier komme ich noch entlang. Du bist nicht die Maus. Ne? Du bist nur ein Gesicht an das man sich erinnern kann. Ich sehe tatsächlich nichts. Hm. Das ist merkwürdig. Ein altes Animorphs Buch. Natürlich. Aber ich sehe den kleinen Mann überhaupt nicht. Können wir hier nach oben noch irgendwo hin? Vielleicht spielt er ja hier irgendwo im grünen. Und es geht tatsächlich weiter nach oben. Ach, da sind die beiden jetzt Jugendliche. Und sie hat noch so ein Kopftuch um. Oh. Und sitzen schon beim Leuchtturm. Ich kann ja momentan allerdings gar nichts machen. Können wir da vielleicht rein? Ich glaube wir können. Fühlt es sich anders an? Ich meine, jetzt wo wir die Ringe tragen. Nein. Warum? Fühlst du dich anders? Also eigentlich? Ja, ich denke schon. Wie fühlt es sich an? Hm. Es ist einfach... Ich weiß nicht. Anders. Wahrscheinlich nur die Verantwortung. Verantwortung. Hm. Magst du den Namen Ania? Möchtest du... Möchtest du sie Ania nennen? Möchtest du sie Ania nennen? Ich verstehe. Ja. Ania ist ein schöner Name für sie. Hey. Komm mal her. Schnell, komm. Komm rein. Bis ganz nach oben. Bis an die Spitze. Fast bis über die Wolken. Zum großen Mond. Tschüss. Das ist keine gute Idee. Ich werde stolpern und fallen. Keine Sorge. Folge einfach meinen Schritten. No. Oh. Autsch. Mein Hintern. Ich wollte gerade sagen, so tanzen sie im Mondenschein. Aber... Nun ja. Ich glaube, du bist mal auf den Fuß getreten. Sorry. Komm. Versuchen wir es nochmal. Und so tanzen sie im Mondenschein bis in den frühen Morgen hinein. Und als die liebe Sonne das Meer küsste. Ich frage mich, ob sie da schwanger war. Versprichst du sie zu lieben und zu ehren. In guten wie in schlechten Tagen. Bis dass der Tod euch scheidet. Das tue ich. Und möchtest du diesen Mann, der nun vor dir steht, zu deinem Ehemann nehmen. Versprichst du ihn zu lieben und zu ehren. In guten wie in schlechten Tagen. Bis dass der Tod euch scheidet. Ja. Das will ich. Kraft meines Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Meine Damen und Herren, vor ihnen stehen Mr. und Mrs. Wilds. Oha, die Hochzeit. Äh, ja, was hast du denn, was das war? Ich hab's nicht so mit Hochzeiten, das ist alles. Flüssigkeiten sammeln sich in meinen Augen. Ich wusste gar nicht, dass du so sentimental bist. No, sag nicht Augen. Ich meinte eigentlich mein Mund. Und da sammelt sich nicht nur Flüssiges, sondern auch Festes. Das ist ein reizender Gedanke. Vielen Dank, Neil. Komm, lass uns einen Weg hier rausfinden. Ach, all diese Glückseligkeit ist selbst für dich zu viel, hm? Nein, ich mag es einfach nicht, anderen dabei zuzuschauen, wie sie Fehler begehen. Ähm... Frau Doktor, wo bleibt ihr? Der Augenblick zählt. Von wegen Fehler. So, hier können wir momentan nichts ausrichten, glaube ich. Deswegen glaube ich wieder nach unten. Und die Erinnerung scheint ein bisschen klarer geworden zu sein. Anfangs war es ein bisschen verblasst. Das war die Hochzeitsfeier, glaube ich, hier unten. Aber jetzt ist das Bild wieder klarer. Oh, ich sollte mal schauen, wie es deiner Tante geht. Alles klar, Mom. Sag ihr, dass ich mich freue, dass sie gekommen ist. Das war eine wunderschöne Stimme für die Mom. Was mache ich? Ich bin so stolz auf dich, Joey. Hier rüben. Joey? Ach, so hieß mein Großvater. Er ist gestorben, bevor ich geboren wurde. Mom nennt mich manchmal so, als Spitzname. Wie kommt es, dass du mir nie davon erzählt hast? Weil ich es besser finde, wenn du mich John nennst. Oh, nicht noch eine von diesen Großelternkindheiten. Wieso, was hast du denn dagegen? Ich meine, über deinen Großvater erzählst du immer eine ganze Menge. Was? Stimmt doch gar nicht. Ganz wie du meinst. Notiz Joey erhalten. Und uns fehlt nur noch ein Pinöpelchen. Ich bin so stolz auf Joey. Hehehe. So stolz. Da kriegen wir keine Info raus. Vielleicht von ihm? Vom Kuchen auch nicht? Hm. Irgendwas haben wir übersehen. Und wenn ich irgendwas haben wir übersehen sage, heißt das natürlich, ich habe irgendwas übersehen. Ich wälze nur meine Fehler natürlich immer gerne ab auf andere. Das ist der Grund, warum ich das sage. Also wir haben gemeinschaftlich kollegial was übersehen. Vielleicht oben? Vielleicht stehen die ja alle nicht mehr? Doch. Im Leuchtturm vielleicht? Nein, da kommen wir gar nicht mehr rein. Und das Memento haben wir ja auch noch nicht gefunden. Irgendwas, was uns in die Vergangenheit bringt. Der Ring ist es wahrscheinlich nicht. Ich schau mal ganz kurz. Äh, Notizen. Eingelegt. Animorphs. Animorphs haben wir auch noch nicht geguckt. Johnnys Lieblingsserie als Kind. Aha. Joey, Johnnys Spitzname nach seinem Großvater. Okay. Das ist nicht mega spannend. Jetzt ist nur die Frage, womit kommen wir zurück? Mit dem Kuchen bestimmt nicht. Das wäre ein zu kleiner Sprung. Ich hätte ja gesagt mit der Großmutter, aber die kann man... Ich bin zu stolz auf Joey. Äh, die kann man glaube ich nicht als... Ich bin zu stolz auf Joey. Die kann man nicht als Memento benutzen, glaube ich. Es müssen immer Objekte sein. Die Oliven haben wir schon. Er mag wirklich gerne Oliven, wie es aussieht. Kommen wir denn da nach unten irgendwo hin? Tatsache. Probieren wir doch mal das. Und hier hört es sich so an, als sei ein Momento in der... Momento, ein Momento in der Nähe. Huch? Was ist denn das?